Am 5. Dezember ist Schluss mit der Handysignatur. Die bisher für viele Anmeldungen genutzte App wird durch die ID Austria abgelöst, die nach knapp drei Jahren die Pilotphase verlassen wird. Für die 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer der Handysignatur heißt das umsteigen. Doch wie kompliziert ist das? Und was, wenn ich keine digitale Identität will? Die gute Nachricht zuerst. Sie müssen sich auf das Ende der Handysignatur nur geistig einstellen. Eine konkrete Vorbereitung braucht es nicht. Denn wenn Sie sich ab dem 5. Dezember bei der Handysignatur anmelden, werden Sie automatisch durch den Umstiegsprozess geleitet. Gesamtdauer des Umstiegs weniger als eine Minute. Vorausgesetzt, man hat einen Reisepass oder Personalausweis zur Hand. Denn die Nummer eines dieser Dokumente muss man als zusätzlichen Verifizierungsschritt angeben. Wer dennoch jetzt schon motiviert ist, die Sache hinter sich zu bringen, der kann auch im Anmeldebildschirm auf Umsteigen von Handysignatur auf ID Austria drücken und dort schon jetzt alle Anweisungen befolgen. Wichtiger Fakt am Rande, auch die Bürgerkarte wird von der ID Austria abgelöst werden. Viele werden sich jetzt fragen, muss ich also wieder zum Amt gehen? Das kommt ganz auf die Version an, mit der Sie die Handysignatur aktuell nutzen. Wenn Sie die Vollversion haben, müssen Sie sich nur zu Ihrem Handy bewegen. Wenn Sie allerdings die abgespeckte Basisversion haben, dann müssen Sie sich leider etwas weiter bewegen, nämlich bis zur nächsten Behörde, etwa einer Bezirkshauptmannschaft, einem Magistrat, aber auch Finanzämter und Landespolizeidirektionen sind die richtige Anlaufstelle. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels SMS wie bei der Handysignatur gilt schon seit längerer Zeit als unsicher. Es ist zum Beispiel möglich, dass ein Angreifer SIM-Karten klont, um die SMS abzufangen und auf ihre eigenen Geräte umzuleiten. Die biometrische Verifizierung ist ungleich schwerer zu manipulieren. Der zweite Grund, Österreich setzt mit der ID Austria die sogenannte EIDAS-Verordnung der Europäischen Union um. Die Handysignatur war eine nationale Lösung. Mit der ID Austria wird es in Zukunft möglich sein, Behördenwege in der gesamten EU zu absolvieren. Wer trotz alldem keine Lust auf eine digitale Identität hat, der kann aufatmen und alles gerade Gehörte vergessen, denn ein Verzichten auf die ID Austria ist möglich.